Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein Video für euch, wo ich nicht draußen bin, sondern wo ich halt in meinem Zimmer sitze. Ja, also ich habe für ein paar lange solche Videos mal gemacht. Und genau, heute werde ich ein Vision Board mit euch zusammen kreieren. Also ein Vision Board für 2023 und für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist so etwas wie eine Collage. Man nimmt sich halt so viele Bilder von seinen Träumen oder von seinen Zielen für das Jahr halt. Also in meinem Fall für 2023. Also zum Beispiel angenommen, ich möchte jetzt gute Noten in diesem Jahr bekommen. Dann suche ich mir halt ein Bild, wo man halt gut erkennen kann, dass es gute Noten sind, wie zum Beispiel eine 1 oder wo auch steht Good Grades oder gute Noten halt. in Deutsch, aber ich werde es auf Englisch machen. Also mein Vision Board soll so ein paar Wörter auch haben, die aber auf Englisch sind, weil ich finde, das sieht immer mehr ästhetisch aus. Genau. Auf jeden Fall freue ich mich schon riesig darauf. Auf jeden Fall werde ich das Ganze auf meinem Laptop machen und ich bin schon auf Pinterest, weil ich werde meine Bilder von Pinterest raussuchen. Man kann natürlich auch Bilder von Google oder Insta. Man kann das natürlich auch auf dem Handy machen. Und dann werde ich das halt auf, dann werde ich das halt als mein Hintergrundbild auf meinen Laptop nehmen. Und genau. Also ich würde sagen, wir fangen direkt an. So Leute, auf jeden Fall habe ich ein Screen Recording jetzt gestartet. Und ja, auf jeden Fall, wie man sehen kann, bin ich jetzt auf Pinterest. Und auf jeden Fall werde ich jetzt mir einfach ein paar Bilder aussuchen, die ich halt kreativ finde. Und dann werde ich die erstmal speichern. Ähm, ich hoffe, die haben gute Qualität. Aber ich denke mal. Dann werde ich das Ganze auf der App Canva bearbeiten. Also ich glaube, so heißt das Canva. Ähm, ja. Und dann werde ich das Ganze bearbeiten. Aber ja, jetzt suche ich erstmal die Bilder raus und ihr kommt jetzt einfach ein bisschen mit. Also das hier finde ich schon mal sehr, sehr schön. Ähm, ich glaube, das werde ich sogar nehmen. Also da mache ich einfach rechtsklick und dann, ähm, save. Und dann einfach in Download speichern. Und dann suchen wir direkt nach dem Nächsten. Ich würde sagen, das hier, weil es gibt mir so ein bisschen Rich Mommy Vice. Also ich finde das Bild sehr, sehr schön. Und ich möchte eigentlich auch so einen Vibe bekommen. Ich finde den Vibe sehr, sehr schön. Jetzt habe ich auch dieses Bild nehmen würde. Ja. Und dann gucken wir einfach weiter. Wir können auch was eingeben. Zum Beispiel jetzt Flying. Wie schreibt man Flying? Ja, so, ne? So, Flying Aesthetic. Hier. Und jetzt werde ich ein Bild nehmen. Was ich schön finde. Ich glaube, ich entscheide mich für dieses Bild. Wohl, ne. Ich möchte so ein Fenster dabei haben. Also vielleicht das hier oder das hier. Also, ich glaube, ich nehme das hier. Weil das hier sieht sehr, sehr schön aus. Und auch mit dem Sonnenuntergang. Weil ich liebe Sonnenuntergänge. Und dann zum Beispiel, auf jeden Fall möchte ich mal dieses Jahr nach Paris reisen. Ähm, meine Mama war da auch schon. Aber ich noch nie. Und genau, weshalb ich jetzt Eiffelturm eingehen möchte. Weil ich möchte halt auch den Eiffelturm sehen. Das soll dann auch Paris symbolisieren. Weil ich möchte halt nicht nur zum Eiffelturm. Weil ich möchte, na klar, auch andere Plätze in Paris sehen. Aber, ja. Ich nehme das Bild jetzt. Ähm. Und dann, ähm. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall ein Bild nehmen, wo, ähm, ein Buch zu sehen ist. Weil ich möchte dieses Jahr mehr lesen. Ähm. Ähm, sage ich mir zwar jedes Jahr. Aber diesmal schaffe ich es. Ähm. Ich glaube, ich nehme das Bild. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Und jetzt gehen wir nochmal. Zu Hause. Oh, Leute. Auf jeden Fall. Dieses Jahr möchte ich auch Skincare machen. Weshalb ich einfach mal das Bild hier nehme. Ähm. Weil hier sieht man ja ganz viele Skincare Sachen. Und das hier auch. Weil ich möchte, ähm, weil es sieht einfach süß aus. Und, ähm, halt, ich möchte auch so gesund frühstücken und so. Und halt gesund essen. Und dann glaube ich nämlich noch dieses Bild, weil hier, oder ich glaube, Leute, ich habe gerade ein richtig schönes Bild vom iPad gefunden, ähm, wo noch so Essen drauf ist. Ich glaube, das nehme ich. Ähm, nehme ich das andere. Und dann nehme ich dieses Bild hier noch. Weil hier sind so verschiedene Parfüme drauf. Und ich liebe Parfümen und ich möchte mir wesentlich noch mehr Parfümen holen. Und dann liegt noch das hier. Weil hier möchte ich auch einen kaufen bei, zum Beispiel, Chanel und Dior und so. Also halt einfach für Shopping. Weil ich liebe Shopping. Ähm, ja. Ah, guckt mal, Leute. Hier ist auch Geld. Ich glaube, ich habe euch immer ein schöneres Bild von Geld. Aber Leute, ich will Geld haben. Ähm, das ist auch eins hier. Ah, Leute, okay, hier sieht man, 2023. Da möchte ich auch mal so ein Bild nehmen. So einfach, dass ich dann einfach so zum Beispiel in der Mitte, äh, hinschreibe, 2023. Oh, und ich glaube, ich nehme auch noch ein Bild von einem iPad, weil ich wünsche mir auf jeden Fall ein iPad. Ähm, ich weiß noch nicht, welches Bild. Ja, ich glaube, ich nehme das hier. Ähm, 2023. Ähm, ähm, ja, Leute, auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch ganz, ganz viele andere Bilder suchen, raussuchen. Aber ich nehme euch jetzt nicht bei alles mit, weil ihr müsst ja auch noch sehen, wie ich das Ganze croppe und so. Und ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis ich so viele gute Bilder gefunden habe. Ähm, ja, auf jeden Fall. Oh, ich nehme, glaube ich, ein besseres. Also, das, 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 das hier. Ich nehme euch jetzt noch zum Schluss ein bisschen mit. Ähm, ich mache wieder ein Screen Recording. Moment. So, also, ähm, auf jeden Fall erst mal, ähm, ich habe jetzt ganz viele andere Bilder noch genommen, so andere Kategorien und so. Und jetzt werde ich mich ein bisschen, ähm, jetzt werde ich ein paar Bilder vom Style her nehmen. Also, so, Klamottenstil halt. Ähm, zum Beispiel sowas möchte ich halt tragen. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt 10.000 eingegeben und zwar 10.000 Follower, weil das ist mein YouTube-Goal für dieses Jahr. Ich hoffe, ich schaffe das, ähm, halt, dass ich halt dieses Jahr 10.000 Follower auf YouTube bekomme. Ich habe ja schon 4.000, ähm, also 4.000 irgendwas, weiß ich gerade nicht vom Kopf her. Ähm, ja, genau. Aber auf jeden Fall wünsche ich mir 10.000 Follower, weshalb das auch drauf kommen muss auf mein Vision Board. Und ich suche jetzt einmal kurz, ähm, einfach so eine Zahl, wo 10k draufsteht. Ich glaube, ich nehme einfach dieses Bild so mit Luftballons. Also, ich habe schon mal ein Bild von Vogue genommen, von, ja, Vogue, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Aber ja, auf jeden Fall habe ich ein Bild davon genommen, weil ich möchte ja, ähm, Model werden. Und deswegen muss es darauf kommen. Ähm. Ich glaube, ich nehme das Bild. Das finde ich passt sehr gut auch. Ja, Leute, auf jeden Fall nehme ich noch das Bild für Make-up, weil ich liebe Make-up. Ähm, weshalb das auch auf mein Vision Board drauf muss. Und ich glaube, da bin ich auch schon fertig. Vielleicht fällt mir ja noch gleich was ein. Aber ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zu der App Canva. Und ja, genau. Auf jeden Fall werde ich jetzt anfangen, die Bilder, ähm, zu erstellen. Ich habe jetzt einfach irgendeine Vorlage genommen. Und ich werde das einfach alles hier löschen, damit das einfach weiß ist komplett. Ähm, weil ich wusste nicht genau die Größe, ähm, die ich dafür benutzen soll. Und jetzt nehme ich hier einmal all die Bilder und heute wähle ich jetzt alle aus. Ich hoffe, das funktioniert, Leute. Die habe ich jetzt hier hingezogen. So, ähm, ich mache das gerade zum ersten Mal, Leute, weshalb ich nicht genau weiß, wie ich das kappen soll. Aber ja, ich habe jetzt alles, all die Bilder, die ich runtergeladen habe, habe ich jetzt hier. Oh, die habe ich jetzt hier, da war gerade die Bild von meiner Mama, ähm, habe ich mal als ein Thumbnail benutzt. Also Canva benutze ich halt auch für meine YouTube Thumbnails, ähm, also halt für die Bilder, die ihr immer seht vom Video. Ähm, ja. So, okay, auf jeden Fall sind jetzt, glaube ich, also die Bilder müssen jetzt alle erstmal runterladen. Und ich würde sagen, die sind uns dann gleich wieder, wenn die alle hier hochgeladen sind. Und dann werde ich die hier raufziehen und dann werde ich das sehr, sehr schön, ähm, gestalten, soll ich jetzt mal. So, Leute, auf jeden Fall, jetzt sind all die Bilder hier, die sind runtergeladen. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir die mal einfach. Ähm. Also das hier würde ich sagen, das kommt, das ist jetzt ungefähr so, so groß, so groß. Und es kommt jetzt hier so in die Ecke einfach. Also man kann auch mit den Größen spielen. Ich finde, das kommt nach oben, weil es ist ja auch in der Luft, logischerweise. So, ungefähr. Und das wird, das muss jetzt eine Collage werden. Ähm, natürlich kann man es auch einfach untereinander machen, aber ich, so platzieren. Aber ich finde das halt schön, weil es einfach eine Collage ist, wo ein paar Bilder über die Bilder und unter den Bildern sind. Ähm, weil dann finde ich, das sieht einfach schöner aus. Ähm, ja, hier, Geld, würde ich sagen, wird hier so. So, so, in der Ecke ungefähr. So. Ähm, und dann hier nehmen wir Reisepassbild, ein Reisepassbild. Und wir tun das mal hier so, da drauf. Ja, auf jeden Fall mache ich das jetzt ohne zu reden, damit das nicht so lang wird. Und gucke einfach zu, wie ich das mache. Leute, bei diesem Bild ist es so, ich möchte nur das hier, also nur diesen Text halt haben. Jetzt werde ich das jetzt so machen. So, versteht ihr? Jetzt tue ich einfach mal hier so hin, dass da einfach steht, work, work, work. So, Leute, also bisher sieht das schon mal so aus und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ähm, man erkennt das hier, Geld, Paris. Ich werde aber noch ein Eiferturmbild dahin machen. Und ich glaube, ich werde noch mehr Bilder aussuchen. Weil ich glaube, die Bilder sind ein bisschen zu wenig. Und ja, genau. Dann, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann mit dem Ganzen fertig bin. Also Leute, ich wollte euch noch mal kurz zeigen. Ich habe hier zum Beispiel das hier, habe ich ein Bild gemacht, so von einer Person mit Locken. Weil ich möchte dieses Jahr meine Locken zurückholen. Ähm, also ich habe ja Locken eigentlich von Natur aus und ich habe die ja mal geglättet. Und ich versuche die ja gerade wieder zurückzuholen. Und ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr das auf jeden Fall schaffe, dass ich dann wieder schöne Locken habe. Und dann hier zum Beispiel auch Vogue, Vogue, Vogue glaube ich, Vogue. Ich habe keine Ahnung, Leute, wie man das richtig ausspricht. Oder hier zum Beispiel das Louvre in Paris auch. Ähm, ja, oder hier A+, das ist halt eine 1+. Ähm, und hier das mit Outfit und so. Und dann habe ich hier einmal eine Wasserflasche, weil ich muss mehr trinken dieses Jahr. Ich hoffe, das werde ich in einer Ebene nach hinten machen. So. Also ich muss halt definitiv mehr trinken. Und dann habe ich hier ein Bild vom Workout, weil ich möchte dieses Jahr auch meinen Workout machen. Und ich glaube, ich werde gleich nochmal auf Pinterest gehen und mir ein paar mehr Bilder raussuchen. Also ich habe hier auch noch zum Beispiel so ein Bild. Ich muss aufpassen, dass ich keine Bilder doppelt nehme. Aber ich habe hier auch so ein Bild. Halt, ähm, so. Das gibt mir einfach so ein bisschen so reiche Vibes. Weshalb ich das ganz schön fand. Und dann hier ein Bild, weil wegen Lernen und so, dass ich halt auch mehr lerne. Also man kann halt auch mit der Größe spielen nicht immer dieselbe Größe nehmen. Und dann, ich glaube, ich mache das Bild ganz groß. Also nicht ganz groß, aber ungefähr. So. Wisst ihr? Ja. Und dann mache ich einmal eine Ebene nach hinten. Damit dieses Bild so ein bisschen da rüber ist, ne? Ja. Und dann habe ich hier, wie man sehen kann, halt auch so ein paar Wörter einfach. So. Success. Das bedeutet Erfolg. Und das mache ich jetzt. Das schneide ich mir hier so zurecht. Und dann mache ich das einfach über so zwei Bilder zum Beispiel. Hier so. Ich glaube, ich könnte das hier hin. Weil hier so meine reiche Area. So mit Vogue und Modeling und so. Weshalb da kommt Success hin. Und hier Elegance. Das mache ich, glaube ich. Hier. Moment. Elegance mache ich hier hin. Weil ich finde, das ist so elegant mit dem Bild hier. Und dann noch mit dem Eiffelturm. Finde ich sehr, sehr, sehr elegant. Vielleicht mache ich das Bild noch ein bisschen nach oben. Okay. So sieht das bisher aus. Ich werde das jetzt noch weitermachen. Und vielleicht ziehe ich meine Brille dafür an. So, Leute. Auf jeden Fall bin ich jetzt endlich fertig. Und ich finde, das ist so gut geworden, Leute. Ich glaube, ich schiebe nochmal das eine hier hin. Ich finde, das ist so, so schön geworden, Leute. Also ich habe hier Hollywood stehen. Und dann habe ich hier noch ein bisschen was mit Modeling. Habe ich hier das Bild von Vogue weggemacht. Weil ich habe hier... Weil ich fand das so... Ich weiß nicht. Ich fand, man konnte es nicht so richtig erkennen. Es war ein bisschen zu dunkel in dieser Ecke. Weshalb ich da so Make-up hingemacht habe. Und ja. Also wir haben hier einfach alles drauf, was ich mir nur wünschen könnte. Und hier auch eine Villa. Ich hoffe, man sieht das gut. Aber es ist so das Innere von einer Villa. Und dann hier der Eiffelturm. Hier Geld. Workout. Und dann habe ich hier so Grateful noch hingeschrieben. Also Grateful. Dann hier 2023. Und dann hier Sub. Achso, das habe ich schon gesagt. Also ja. Und dann hier Victoria's Secret. Body Sprays. Und hier so ein Outfit. Und ich finde, das ist einfach sehr, sehr schön geworden. Und hier auch so. Also ich finde das sehr, sehr schön geworden. Und ja, auf jeden Fall werde ich das jetzt speichern. Und zwar drücke ich auf Download. Ich kann leider nicht die Größe einstellen. Äh, ich meine, die Qualität. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, ich mache als PNG. Ja. Und jetzt drücke ich einfach mal Download. Ich hoffe, das wird gut aussehen, Leute. Oder, also kann sein, dass es verpixelt wird. Wenn es verpixelt ist, dann, ähm, dann mache ich einfach ein Screenshot davon. Hier haben wir auch mal die ganzen Screen Recordings. Ähm. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Okay. Und jetzt. Ich gucke mir das einmal an. Wow, Leute. Okay, das ist jetzt das Endergebnis. Das ist nochmal in groß. Und jetzt werde ich das erstmal in Hintergrundbild machen. Oh, das ist noch ein anderes Bild. Okay, so. Okay, Leute. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ich mache einmal kurz das Ganze hier rein. Es wurde sogar ein bisschen weggeschnitten. Ähm. Aber ich finde das auch nicht so, so schlimm. Hier nur das Outfit halt ein bisschen. Und hier. Oh. Und Hollywood sieht man leider nicht mehr. Aber es ist nicht so, so schlimm. Weil ich habe ja trotzdem noch das Bild. Und ich habe trotzdem noch mein Vision Board. Also alles gut. Ähm. Ja, man kann das ja trotzdem noch im ganz so groben erkennen. Und ich bin super zufrieden, Leute. Ähm, mit dem Endergebnis. Wir können es auch nochmal hier angucken. Das ist das ganze Bild. Ähm. Ich mache es schon mal groß. So, also das ist nochmal das ganze Bild. Und ich bin super happy, Leute, mit dem Endergebnis. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und genau. Auf jeden Fall, Leute. Wenn ihr lange Weile habt, dann macht das einfach. Ihr könnt Bilder von Google, Pix. Ähm. Nicht Pix hat. Obwohl doch eigentlich schon Pix hat. Aber, ähm, Pinterest, ähm, keine Ahnung, Instagram. Also ihr könnt wirklich von all verschiedenen Plattformen, ähm, einfach Bilder nehmen. Und ja, macht das einfach, Leute. Weil es lohnt sich. Ähm, vor allem, wenn man halt Langeweile hat. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, das Endergebnis gefällt euch. Ähm, ja genau. Wenn das Video euch gefallen hat, dann liked dieses Video gerne. Abonniert mir den Kanal. Und aktivt die Glocke, damit ihr keiner mehr in den neuen Videos verpasst. Und ja, bis jetzt beim nächsten Mal. Tschüss, hab ich lieb. Mua. So.